hallo leute willkommen zurück und jetzt machen wir mal weiter wo wir stehen geliebt sind wenn ihr euch wundern wenn vielleicht da mal ein wenn mal ein junge also also ein kind im hintergrund schreit das ist mein kleiner wunder denn ich nehme mir jetzt ein bisschen früher auf denn ich habe jetzt bei mir gerade medica solid geliefert worden und ja ich will das schnell spielen und darum werde ich ja ein bisschen mehr aufnehmen und ein bisschen früher und morgen habe ich auch keine zeit darum was anders ihre flasche moment kann ich explosive flaschen machen ja kann ich auch nicht übergeben seit ich lieber zur sicherheit wo wo mein herz das habe ich gar nicht gesehen den habe ich überhaupt nicht gesehen Äh, Claire meine ich. Stirb. Stirb. Moment. Moment. Und jetzt müsste er eigentlich sterben. 100%. Ich will es wirklich nicht kommen sehen. Übergeben. Ja. Verdammt. Kraut umsonst verschwendet. Hier war wohl einer. Ne. Hier ist nichts. Mal gucken, ob hier was ist. Ne, scheint nicht so. Ne, ne. Ne, ne. Wohl eher nicht. Okay. Nein. Ja. Ganz knapp aber. Okay, hier auch irgendwo. Nein. 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 Nein, ganz knapp. Nochmal. Hm. Okay, hier. Ha. Das war gut. Ah, Erweiterungstasche. Das ist. Very good. Gehen wir aber trotzdem mit der Claire weiter. Joa. Äh, ab zum Ziel. Go, 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 go. Gnug Munition haben wir eigentlich. Ja. Haben wir. Aber ich könnte auch ein bisschen hier rum gucken. Gucken ob ich hier was finde. Ja. Schau mal was ich gefunden habe. Wenn ihr Brüche Gewände findet, könnte ich sie bestimmt durchbohren. Aber man hört das nicht. Ne. Das hier jetzt. Hört man überhaupt nicht. Nein. Oh, ähm. Ich komme gleich. Meine Fernbedienung liegt gerade auf dem Bett. Ich komme gleich. So, dann bin ich wieder. Hab nur kurz ein bisschen lauter gestellt. Und, ups, hab vergessen aufzunehmen. Machen wir mal heute eine kurze Folge. Sorry. Hab heute für euch ja vergessen die Uhr gerade zu stellen. Ab jetzt kommt 20 Minuten. Ha. Okay. Das haben wir ja letztes Mal gelesen, ne? Ne, haben wir eigentlich nicht, aber... Ich hab eigentlich keine Lust. Ne, keine Lust. Ha. Äh, was hat mehr Munition? 40. Dann nehmen wir mal das. Ja. Man weiß ja nie. Ne, nicht das. Ähm, hm. Ja. Meurer. Ups. Pistolenmonie. Dankeschön. Pistolenmonie. Ups. Ups. Ah, hier liegt was. Ah, hier liegt was. Ah, Maschinenpistole Munition. Äh, guck mir mal. Was ist mehr Munition gesetzt? Ja klar, das. Gut. Ähm, Pedro kommt's mal mit. Petro. Es ist nicht toll, dass mein Handy gerade vibriert. Eine ungünstige Stelle. Oh, der Flasche. Ja. Ne. Noch nichts. Noch. Jetzt kann ich noch nichts machen. Noch nicht. Glaubst du, Pedro kommt mit seinem Bohrer da durch? Klar. Wir sind voraus. Hm. Ha. Hm. Woher kam? Okay. Bestimmt kein Mauro was finden. Nein. Hier ist nichts. Ich muss kurz zurück zum, äh, Pedro. Hm. Ich glaub, der war hier irgendwo. Ne, äh, Moment. Jetzt schon verlaufen. Toll, oder? Ach ja, sorry, das... Ach, hier. Eine kurze Folge wird heute. Wir könnten dein Bohrer jetzt gebrauchen. Bereit für ein paar Abrissarbeiten? Nur Problema. Sag mir nur, wo's lang geht. Nur Problema. Hier bitte. Ähm. Wo war das? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo es war. Hm. Hier war das, glaub ich. Komm her. Hier. Hier. Hierher. Dann nach oben, glaub ich. Oder... Nee. Komm hier. Hier. Ich hab den Weg gefunden. Pedro, bist du unterwegs? Verdammt. Pedro. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ach, da bist du. Sind wir schon da? Was soll ich bohren? Noch nichts. Komm, nächstes Mal schneller. Moment. Hallo. Mhm. Yummy. Ich hab das Gefühl, dass Musik ist Copyright. gut. Moment. Moira. Hallo. Schießpulver. Übergeben. Natürlich. Wohl eigentlich Moira auch. Äh. Ja, Moira. Noch nichts. Hm. Lecker. Hier. Bohrmaschine. Wenn jetzt... Ich dachte schon, Pedro kommt gar nicht. Bisschen schneller. Ich geh mal ganz nah. Da. Hm. Wo? Noch da. Ist gar nicht mal aufgefallen. Mann Vorhin brauchst du nicht so lange Ha Und schon liegt er Auch da Oh jetzt hab ich jetzt keine Munition Pistole, Herr Schnell rein Oh ja ja Es heißt, er ist fest eigentlich Wo Okay Keine Munition Fast keine Munition Er hat mich wie Irgendwie so ein Bosskampf Maschinenpistole Ich könnte mal mit Mauro ein bisschen erkunden Aha Grünes Kraut Topaz Okay, mir kommt es so vor, dass gleich ein Boss kommt Und ich höre schon jemanden Atmen Oh, Schrotflinten Muni Ist wirklich an wie sonst Äh, Bosskampf jetzt Ja Da ist auch schon jemand War klar Oh, mein Herz Oh Oh Ich hab dich nicht gesehen Oh Nee, überhaupt nicht Hab dich nicht atmen gehört Ähm Mäura Wir haben alles Jo Ja Nach ran Jo Jo Claire, ich hab's Konnt ihr die Armreifübertragung zurückverfolgen Sie kommt sofort an Okay Wahrscheinlich von einer Anhörer aus Denn ich kriege volle Signalsstärke Ja, keine Störung Gut gemacht, Pedro Ihr Aufenthaltsort ist vielleicht der Schlüssel hier raus Raus, raus, raus Oder Klaus, Klaus, Klaus Klaus Also ich würde bis Episode 3 aufnehmen Schätze ich mal Es sollte alles sein, was du brauchst Hm Gute Arbeit, Redfield Nicht, dass ich staunt wäre Jo Jetzt sind meine Künste gefragt Schwierige, Heli-reparierende Voodoo-Küste Voodoo? Warum Voodoo? Ach, du heilige Scheiße Nee, oder? Die Aufseherin Sie lockt die Kreaturen genau zu uns Das ist nicht fair Aber was machen wir nun? Ich versuche noch viel schneller zu erarbeiten Jemand muss noch verdammtes Ideen ausreisen Ich schätze mal, das klappt irgendwie nicht Stinkende Chemikalie Das ist glaube ich für eine Lockflasche Ähm Da habe ich eigentlich genug Und keine Verwendung Nein Äh, warum kommt so hektische Musik? What's going on? Yes Okay Teilebox Saphir Haha Okay, ich weiß nicht wo ich hin muss Aber Schnell weg von hier Das ist klar Verstanden Wir übernehmen das Das kommt von der Bar Bitte reparier das Teil Oh Okay Stirb Aha Haha Ha Heillузelung safe Oder? Ha Ähm Ähm, was ist das? Feuerrate. Das brauchst du. Ja. Hä? Achso, nee, es geht nicht. Geht Schrotti? Ha. Feuerrate. Schnellladen. Nee, oder? Achso, hier. Die schnellste Kneipe stirbt so nochmal. Hallo. Was soll ich tun? Achso. Geschafft, aber ich hab das Gefühl, jetzt kommt ein Zombie. Kampf. Bosskampf. Ha. Ich hab immer noch grünen. Okay. Verdammt. Verdammt. Man kommt nicht mehr. Äh. Ich hab immer leise. Mist. Genau da, wo man nachladen muss. Muss. Oh. Nein. Haha. Hier geflogen ist. Wo. Eine ist schon offen. Mist. Nee. Keine Chance. Stellt euch mal vor, wir spielen auch schwer. Und haben fast keine Munition. Nein. Hallo. Da wollen wir nicht. Okay. Das ist mies. gut gemacht nein petro darum war die munition gut nein der furcht und dann zum zombie moment kann ich in die haus Ich bin frei, fühlst mich guter Eure Moment, Auge, Auge Nein Danke sehr, jetzt Oh nein, jetzt bin ich auch Auf Rot Aber ich vergesse immer auszuweichen Oh, das war knapp Boah Soll ich das jetzt schaffen? Okay Oha Claire Alles klar Boah I need help Ja Oh Na, fahr gegen es nicht, oder? Neura Neura, hier lang schnell Nein, die können hochkrettern Was soll ich jetzt machen? Neura, hier lang schnell Oh Sexy Ja, ja, ja Wir haben es verstanden Aha Oh ne Oh Bis Kapitel 3 sagt ich ja Ja Oder Episode 3 Und soll ich hin Ah Sorry Lauf schneller mein Freund Meura Wie dumm bist du Warum springt sie runter? Ich gehe hinten rum und öffne die Tür Wartet da Nein Nein Sie ist auf Ha, jetzt auf einmal da Warum auf einmal Geld Das ist Geld nochmal Geld Ach, Geld fast tot Schätze ich mal Warte Neil, was ist mit Gabe? Ich weiß Okay Hier zu bleiben ist zu riskant Ach, dir keine Sorgen Er war bei Militär Man ist Gefahr zum Frühstern und Kacktel zum Mittag wieder aus Mh Ist nicht lecker? Dieses Beispiel nehme ich auch Ach, dammit Hier durch Hilf mir mal Bereit Los hoch 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 Los Du auch Schnell Boah Glück gehabt Okay Und ich glaube wir machen beim nächsten Mal weiter Ciao Leute